So, mal wieder was modellieren. Das werden wir hier in Blender modellieren und dann werden wir das Material in Marmoset Toolbag machen. Wir werden dort auch backen von High-Poly auf Low-Poly, damit diese Bevel-Details reinkommen und so weiter. Die Schrauben werden wir dort machen, also das als normal backen. Das geht dort relativ easy. Ich zeige euch mal, was da so ein paar Vorteile sind an Marmoset und was da cooles gibt. Und dann könnt ihr euch das anschauen und überlegen, ob ihr das haben wollt. Gut Leute, viel Spaß dabei. Auf geht's. So, und wir starten. Nehmen wir hier gleich den Cube. Screencast Keys sind nicht angezeigt. Na, ist angezeigt. Okay, jetzt hat's. Passt. So, skalieren das einmal auf Z. Und ja, an und für sich ist natürlich nicht viel dabei, aber selbst ich scheitere manchmal an sehr einfachen Dingen. Ich weiß gar nicht, woran das genau liegt. Das ist so eine Sache wie, wie teilt man das Mesh ein, was man sieht oder was man in Gedanken sieht. So, das mit F hier einmal zu einer Fläche wieder machen. Jetzt ist aber der Rand jeweils unterteilt. Kann ich sagen, Loop Tools. Loop Tools add-on separat installieren. Ist bei Blender drinnen. Und dann haben wir das hier. Ähm, ich schaue gerade, ob mir das so passt. Ich glaube, das passt sogar. So, mal hier Vollbild. Sollte funktionieren. Und dann extrudieren. Und, 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 und. Jetzt habe ich mich gerade überlegen. Ich habe was vor. Ich muss mal schauen, ob das so geht, wie ich mir das vorstelle. Ich mache mal hier. Oh, das, das, das könnte. Mal schauen. So, das hier. Pfeiler einblenden. Ja, das müsste schon irgendwie so gehen. Da ist ja normal so ein, bei der Kraft Steckdose so ein Nuppel. Ja, was rede ich? Ihr habt ihr das fertige Ergebnis schon gesehen. Und dann machen wir hier, äh, dener, beziehungsweise skalieren wir es erst mal. Ist nicht ganz gleichmäßig, sehe ich gerade. Deswegen würde ich einfach mal, äh, es gibt mittlerweile bestimmt schon irgendwas dafür. Aber ich mache das hier mal mit einem Add-on. Und deswegen, na komm, so. Zack, zack. Ja, es müsste wurscht sein. Und Appline. Und dann sind wir mal wieder scharf. Und jetzt ist alles gleich. Der Loop hier, der könnte ein bisschen stören. Und der lässt mich aber nicht selektieren. Und ich bin manchmal nicht ganz sicher, ob das am, äh, am Mesh-Maschinen liegt. Okay, das war auch zu viel. Müssten wir hier bloß da. Das selektieren. Und, ja. Ähm. Das jetzt hier mit dem Format ist natürlich ein bisschen eigen, weil ich jetzt hier nicht, äh, wollte. Ich schaue gerade hier. Machen wir das so. Ganz weit ran. Und dann M, Merge by Distance. Oh, das gefällt mir nicht gut. Warte mal. Ah, genau. Weil die müssen hier natürlich die gleiche Dings haben. Die gleiche Entfernung. Skalieren. X, Null. So, jetzt sollte das, ähm, jetzt sollte das dann passen. Ja. So, ganz zusammen machen. Wenn es überschießt, dann C drücken. Dann Clamp da auf jeden Fall. Also sagt man ja, ne? Clamp. So, schauen wir hier mal. Mal so. Merge by Distance. Dann sind hier zwei Vertices, die in der Mitte, die da zusammengeschoben wurden, vereint. Und das kann man da wieder löschen. So, jetzt bin ich hier mal mit der... Bei gewissen Sachen muss ich natürlich sofort machen, weil wenn ich jetzt hier anfange, das weiter zu extrudieren, um das dann mit Alt zu selektieren und, ähm, Alt E, Extrude Along Normals, also entlang der normalen Richtung, dann wäre es schwierig, diese Rundung hier einzufügen, ne? Das, ähm, so was mache ich dann auch nicht. Da fange ich dann lieber nochmal von vorn an. Gewisse Sachen werden nachher quasi nahezu unmöglich und deswegen ist es natürlich immer wichtig, ab und zu einfach mal was zu modellieren, damit man nicht außer Übung kommt, weil das passiert hat dann einfach. So, jetzt muss ich hinten noch diese, ähm, Dings dran machen. Wie sagt man dazu? Wie sagt man dazu? Ähm, scharniere nicht. So. Äh, hier könnte ich jetzt einfach raus extrudieren, aber ich mach's anders. Das hat einen ganz, ganz wichtigen Grund, meine Güte, das sind auch wieder so Sachen. Äh, wenn die Sachen im Einzelnen nicht so langweilig wären, könnte man mit sowas Videos füllen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ihr könnt's euch wahrscheinlich vorstellen, aber, ähm, äh, wie gesagt, natürlich sagt ihr nachher auch, ihr würdet euch das anschauen, aber die meisten machen's dann doch nicht. Äh, so, äh, komm jetzt hier, so, rauf, das passt jetzt hier und jetzt will ich die, jetzt will ich die beveln und ich mach die, ich mach sie nicht gleich, ich mach sie, pass auf, hier einmal ein bisschen größer und hier einmal ein bisschen kürzer, aber ich verändere nicht die Loop Anzahl, also wie viele Unterteilung dieser Bevel hat, damit man das hier im Notfall immer noch verbinden könnte jeweils, dann wäre das quasi immer noch ein Quad Mesh, also, ne, ohne Endgons. Das sind immer so die Kleinigkeiten und bei dem Stück weiß ich, und schaue, das ist auch nicht ganz so optimal, aber er tut die Schräge hier so, dass er schräg, ne, das ist gerade und das Interpolierte hier so ein bisschen dazwischen, das passt dann. Okay, so, oben das Gegen, den Gegenpart dazu. Nehmen wir den da. Äh, extrudieren wir mal ein Stück. So, machen den skalieren. Äh, X, Null, Enter. Extrudieren, das Ganze runter. Und, ähm, den da, GG, upsala, den auch, GG, Alt. So, und dann den wieder zusammenpappen und dann Merge by Distance und dann passt das, ja, naja, passt relativ. Mal schauen hier, das passt. Dann Fläche. Das hier noch ein bisschen weiter raus. Ähm, ja, ich denke. Naja, den auch noch vielleicht. Schauen wir, wie das aussieht. So, da in die Ecke reinschauen. Skalieren, Y. Oh, und das sieht so aus, wie wenn das geometrisch kein Problem wird. Okay. Äh, soweit so cool. Das wird dann mal Slow Poly, aber wir machen noch Schrauben. Ähm, der 3D-Cursor ist jetzt immer noch in der Mitte. Ähm, was aber grundsätzlich ganz gut ist. Aber, ich brauche eine Schraube. So, das heißt, ich gehe mal in den durchsichtigen Modus und nehme einen Zylinder. Und mach da mal ein bisschen was. So, da haben wir eh so ein paar Ecken und Kanten. Da können wir uns dann orientieren. Na, sagen wir mal. So. Was nehmen wir kurz? Machen wir mal die Schraube. Auf jeden Fall setze ich die da knapp auf. So, Größenverhältnis. Sieht gut aus. Ein bisschen weiter raus. Vielleicht G, Shift, Z. So, dann hier mal die Höhe. So, passt. Schauen wir gerade mal hier. Den Kopf ein bisschen neigen. Ah, jetzt habe ich die Dings plus. Ctrl L. Blindes selektieren. Aber mit Ctrl L wählt man halt die Restselektion aus. Also den Rest von dem Objekt. Meine Güte, dass sie es rausbringen. Und selektieren ist eines der wichtigsten Sachen überhaupt, um halbwegs schnell vorwärts zu kommen. So, ich überlege. Das ist mir ein bisschen zu High-Poly gewesen. Das sage ich hier, wo ich 32er Unterteilung mache, aber Ctrl L. So, wir sind hier in der Mitte mit dem Cursor. Punkttaste, um die Orientierung auf den 3D-Cursor zu legen. Dann kann man hier, was ich nochmal mache, macht man das aus der oberen Ansicht. Traditionell quasi. Shift D zum Kopieren. Rotieren. 90. Enter. Das ist wichtig. Und jetzt können wir zweimal Shift R machen. Und dann haben wir den Käse. So, ganz kurz einen Schluck Kaffee trinken. Weil heute ist es heiß draußen und da brauche ich einen Kaffee zwischendurch. Nein, Spaß. Ich muss ein bisschen den Hals ein bisschen irgendwie in Schwung bringen, weil ja, Hecke geschnitten und jetzt habe ich voll die Pollen-Seuche. Okay, also das würde ich mal so durchgehen lassen als Low-Poly-Objekt. Und das für meine Ansprüche, sage ich mal, für das, was ich bräuchte, ist das okay. So, gehen wir nochmal raus. Und ich würde sagen, wir bereiten es nicht vor, sondern wir kopieren das und moven das zu Dose Low. Okay, und dann machen wir die Dose Low unsichtbar. Wir haben jetzt hier Hopf-Fully unser Halb-Poly-Objekt. Und jetzt wird es dann lustig. So, ich will mal kurz die Qualität ein bisschen hochdrehen. Das müsst ihr nicht machen. Ist bloß, dass es ein bisschen schöner aussieht. Und dann machen wir da mal, fangen wir direkt mit Bevel an. Hier, das ist jetzt das High-Poly-Objekt, wo wir quasi noch versuchen, das ein bisschen ein bisschen schöner zu machen. So, also, was machen wir? Bevel machen wir von Hand natürlich, um Gottes Willen. Entschuldigung. Rechtsklick, Shade Smooth. Dann auf Normals Auto Smooth. Schon lange nicht mehr gemacht. Dann den Bevel-Adjustieren. Das in der Mitte, das habe ich fast gedacht, dass es ein Problem gibt. Da gerade mal schauen hier. Das Ding schaut ja komisch aus. So, gerade mal schauen, was passiert, wenn ich Control-X mache. Okay. Oh, da ist, da ist was schiefgegangen. Control-X will er nicht. Okay, pass auf. L. Ja, das ist klar. Gerade mal die, ja, das ist alles live. Da passieren so Sachen. Können wir mal schauen. Das ist in Ordnung. Dann können wir das mal verschwindibus mit H. Das sieht eigentlich auch in Ordnung, aber ist das nicht, das, äh, hallo, Steuerung, so. Okay, wo ist mein Denkfehler? G. Wo hängt denn der? Der hängt oben. Okay. Alles ausfüllen. Merge by Distance. Es ist was weggegangen. Und das sieht gut aus. Und dann können wir jetzt da die zwei Vertex-Punkte nehmen und joinen. Und dann wird der in der Mitte geschlossen. Und dann ist das hoffentlich sauber. Sieht gut aus. Dann Alt-H. Ja. So, und ihr gebt uns hier einen großen Bevel. Das heißt, das ist mal grundsätzlich gut gemacht, weil er hat hier standardmäßig Clamp Overlap eingestellt. Und, ähm, wenn man da so weit kommt mit dem Bevel, den brauchen wir gar nicht so hoch. Also ich mach den mal, ich mach erst mal zwei Millimeter. Zwei Millimeter. So. Das wäre erst mal was. Und ein paar mehr Unterteilungen, Segmente. Das, äh, schauen, dass auf Engel gestellt ist. Es ist neuerdings scheinbar automatisch so gemacht. Und jetzt kommt es richtig scharf. Jetzt haben wir darüber ein Subdivision. So. Und da unten sieht es nicht so gut aus. Müssen wir mal gleich schauen. Der Witz dabei ist, dass der Bevel am Anfang die, ähm, der Bevel macht ja die Kanten, ne, bevelt der, also macht die rund und erzeugt dabei Geometrie. Und diese Geometrie stützt jetzt, stützt jetzt den Subdivision Surface, die Form davon. Das ist ne ziemlich coole Variante. So. Äh, what is the point here? Ah, okay. Das sind diese Stoßstellen, die da zusammenkommen. Ähm. Das kann ich nicht wirklich verhindern. Schau, ob ein anderer Bevel geht. Also mit einem Achter Bevel. Ne. Können wir nichts verändern. Ähm, das ist aber schade. Was mache ich mit dir? Ähm, das, äh, hier ist auch nicht so schön. Normalerweise geht das recht gut, eigentlich, diese Variante. So, und das hat es jetzt hier gebracht. Einfach nochmal einen zweiten Subdivision drüber. Und die Kanten wirken mir dort ein bisschen zu scharf. Eventuell mal reinschauen hier, ob wir das Ganze ein bisschen nochmal zusätzlich stützen. Das wird jetzt natürlich ein bisschen langsamer, das Ganze. Oh, das war zu viel. So. Wenn man weiß, was man macht, einfach hier das Ausschalten. Und den Bevel kann man auch ausschalten. Ich will nur hier, wo es so rumknickt, das Ganze zusätzlich mit Geometrie stützen. Und eventually hier noch. Das könnte auch noch eine eine heiße Stelle sein. Ähm. Der ist ein bisschen komisch hier, aber schauen wir mal. Okay. Das ist super aus. Und das hier ist natürlich immer Problemzone. Besonders jetzt da mit. Ich glaube mal schauen. Vielleicht können wir den da bis den da bis den da gg Sliden in die Mitte. Und so. Gut. Es sollte mal okay sein. da ist ein bisschen was. Genau. Das ist nämlich diese Problemstelle. Und dadurch, dass ich hier ein Insert gemacht habe, ist das an und für sich eh nochmal besser geworden. den da rüber, den da rüber. Ja, hier. Da macht man keinen geschlossenen Loop. Und da wäre jetzt die Möglichkeit, dass man hier zum Beispiel dann sagt, dass man das miteinander hier verbindet. Und das, wenn das hier an der Stelle länger dauert, dann will ich da einfach einen Cut machen. So, das wäre jetzt wieder ein also ein alles Quatsch. Und das hat dir gar nicht geholfen. Aber warum die so. Okay. Das ist jetzt ja dann gut. Müsste man das hier natürlich an und für sich genauso machen. Machen wir hier mal die Cuts rückgängig und schließen das an der Stelle auch. Dafür müssen wir das hier nehmen. Upsala. Das ist ja alles zusammenhängt. Dann werden wir das so machen. So machen. Einmal Control plus raus und dann verstecken. Und dann können wir hier mit der So, ich weiß gar nicht, ob ich das so lange dauern lassen will eigentlich. Ich wollte euch auch hauptsächlich Marmoser zeigen. Aber ich habe schon lange kein Modellier-Video mehr so richtig gemacht. Und ich denke, dass das ganz gut wäre und es hat mich auch tatsächlich gestört, dass ich nicht wirklich dazugekommen bin. So, dass da vielleicht auch noch wie sieht denn das aus. So, was habe ich jetzt gedrückt? Tab, tab, so. Okay. Und den Cut wieder reinmachen. Dafür erstmal alles wieder einblenden. Alt, H. Und jetzt machen wir es gleich. Mach mal, mach mal. Na, mach mal so. Hier die Cut-Sätze rein. Die Seite sieht gut aus. Die sieht beziehungsweise auch gut aus, aber ist natürlich besser hier mit der Mehrfach-Unterteilung. Deswegen da könnten wir Gott sei Dank einen Mirror drüber machen. Und ja, äh, falsche Seite. Da. Okay. Gut. Das gefällt mir eigentlich so weit. Ähm, die Schrauben wollen wir in Marmoset machen. Das könnte man auch modulieren. Keine Frage. Und ansonsten gefällt mir das ihn ganz gut halt hier oben. Da gehört auf jeden Fall noch äh, was rein. Dafür müssen wir das hier wieder auflösen. Das Join. Und dann mal schauen, ob das was wird. Extrudieren, abbrechen, Scallion. Ah, wir sind noch auf Punkt. Deswegen hier auf Median Point wieder zurückgehen. So, und jetzt hier sagen wir das Ding zu einem Circle. Okay. Optisch nicht so ansprechend. Er hat es nicht. Er hat es. Wow, das habe ich auch noch nicht erlebt. Hat er nicht so gut gemacht. Gerade mal schauen. Das wird ja mal schlimmer. Äh, den Mirror vorher planen. Das ist natürlich ein Problem. So. Okay. Okay. Dann hat er hier doppelte Flächenreifung. Ich mache das echt nicht mit Absicht, aber so. Okay. Dann sieht das jetzt eigentlich ganz okay aus. Das hier gefällt mir nicht so gut. Deswegen da nochmal nehmen und Circle. Okay. Na, meine Güte. Hat er jetzt fast gar nicht lang gedauert. So. Aber so ist das. I. Das habe ich hier gedrückt. Skalieren. So. Schauen wir mal. Was machen wir mal? Gehen wir ein bisschen runter vielleicht. und ein bisschen extrudieren. So. Und so weich will ich das nicht haben. Ich will das definiert haben. Deswegen arbeite ich jetzt quasi hier aktiv mit ähm mit Loop Cuts. Und hier will ich eine relativ, also hier und hier will ich eine stärkere Kante haben. Und die muss ich jetzt quasi manuell mit einem künstlichen Bevel, wenn du so willst, definieren. Und jetzt passt das hier. Und das sieht auch alles sehr schön aus. Damit die normalen Richtungen alle gerade sind, mache ich dann noch einen Weighted Normal. Und dann trinke ich wieder einen Schluck Kaffee. So, so weit hätten wir das. Man könnte jetzt aber hier noch einen Cut reinmachen. So. Mal schauen, wo der hier hinten gelandet ist. Das sieht gut aus. Ja. Dann können wir hier quasi Flächenselektion da rein klicken, dass wir hier den ganzen Loop ringsherum kriegen, explodieren und das ein bisschen nach oben schieben. So ungefähr auf halbe Höhe. kommt dann quasi in die Normals, die gebacken werden. Das sieht ziemlich cool aus. Soll ich viel öfter so machen. Schauen wir auf den Pulli-Count. Uh, 150.000. Na ja, gut. Aber das wird noch mehr. Aber jetzt nicht. Das ist ziemlich cool. Das gefällt mir. Ich überlege, ob der Bevel noch ein bisschen größer könnte, weil der ziemlich gesmooth wird vom Subdivision. Aber könnte natürlich auch Probleme auftreten. Und ja, so richtig. Warte mal. Schauen wir mal auf die. So. Wo sind die da? Warte mal. So. Okay. Mehr Segmente. Definiert es besser. Alles klar. Der Subdivision, der haut natürlich ein bisschen gegen die Segmente Anzahl. Besser. Also, wenn man ein Loop Cut reinmacht, um ein Subdivision abzustützen. Ihr kennt das Prinzip wahrscheinlich, weil die meisten fangen sehr früh mit dem Subdivision an, bis sie dann davon wieder loslassen können. Braucht man normalerweise für ein Subdivision Level einen Loop Cut zu unterstützen. Das heißt, bei Level 2 braucht man normalerweise zwei Loop Cuts. Und bei uns ist das ja der Bevel Modifier, der das macht. Und deswegen muss man natürlich auch mit den Segmenten eventuell ein bisschen hoch. Und das gefällt mir so. So. Materialien müsste man dann festlegen. Also es ist so beim Marmoset, dass man ID-Masken anfertigen kann. Material ID-Masken. Und das geschieht ganz einfach, indem das importierte High Poly Objekt Materialien schon bereits drauf hat. Die müssen nach gar nichts aussehen. Die müssen keine Farbe haben. Irgendwas Bestimmtes. Das ist komplett egal. So. Grundfarbe ist drauf. Dann hier. Das ist jetzt wieder. Fangen wir von den Mitteln. So. Das ist natürlich ein bisschen so. Na ja gut. So. Und dann noch zweimal. Okay. Dann. Oh, das sieht gut aus. Glück gehabt. Das ist dann alles. Machen wir das. Machen wir das rot. Aber das muss ich jetzt hier nicht machen. An und für sich lege ich nur Materialien. Drücke Assign. Damit das. Na ja komm. Wir können es auch. Wo können wir das machen? Kommt. Wo können wir das machen? Wir können das bei Viewport Display. Und dort sagen wir. Das ist rot. So. Die Schrauben natürlich. Die. Zack. 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 Ich mache hier mal das zu. Neues Material. Neu. Assign. Fertig. So. Kann man hier noch eine Farbe. Aber. Das. Das wäre es an und für sich. Mehr braucht man dafür gar nicht. Sehr schön. Jetzt kann man hier natürlich noch mal. In das Shading reinschauen. Mit Mud Cup auf dem roten hier. Und das sieht allglatt aus. Okay. Sehr schön. Dann. Haben wir das mal. Das muss noch trianguliert werden. Also bei Mama Set ist das Problem. Dass es irgendwie nicht so richtig gut trianguliert. Beziehungsweise. Es kann keine Endgons. Und dann fängt es an zu triangulieren. Und das macht es nicht gut. So. Das sieht immer noch sehr gut aus. Und jetzt haben wir dann. Ein bisschen mehr Polycount. Ne? 208.000. So. So weit so schräg. Dann werden wir das mal. Move. Neue Kollektion. Und wir sagen Dose High. Sehr schön. So. Dann haben wir noch die Low Dose. Die müssen wir auch noch vorbereiten. Und zwar. Ja. Normalerweise gehen wir einfach ins UV Editing. Machen A. U. Also alles auswählen. Denn U für Unwrap. Smart TV Projection. Der Winkel ist nochmal ganz okay. Ich gehe aber oft lieber ein bisschen weiter runter. Das kommt aber immer drauf an. Und dann hat man das jetzt hier abgewickelt. Und damit könnte man zufrieden sein. Man müsste noch den Margin ein bisschen erhöhen. So. Weiß ich nicht. Was? 0,04 oder ein bisschen mehr. So. So könnte man das machen. Man kann jetzt hier noch alles versuchen. Ein bisschen besser anzuordnen. Das geht auch. Ich mache das so. Ich habe UV Pack Master. Weil ich es doch öfter brauche. Und sage dann Pack. Und dann macht er mir halt ein bisschen was Schöneres. Oder ich aktiviere die Heuristik. Und lasse ihn hier quasi Brutforce Attacke drauf lassen. Was er schöneres hinkriegt. Und Escape nachher zum Abbrechen. Und hier muss ich noch den Margin erhöhe ich immer ein bisschen. So. Das sieht doch mal super aus. So lasse ich mir die Abwicklung gefallen. Was jetzt noch ist. Und zwar. Also. Das mit dem Backen. Ist am Anfang. Glaubt man mal recht einfach. Aber wenn dann gewisse Modelle kommen. Meine Güte. So. Also. Schluck Kaffee. Was ich jetzt hier mache. Ist kein Autos Move aktivieren. Sondern. Den Ad Split. Und schauen dass der passt. Weil der sollte wirklich dort sein. Wo harte Kanten sind. Jesus. Oh oh. Was haben wir vorhin gemacht. Alles auswählen. Merge by Distance. Sieht gut aus. Das. Join. Okay. Besser. Jetzt weiß ich nicht. Ob er das. Richtig. Hier im. Juve übernommen hat. Sieht grundsätzlich gut aus. Kann man hier vielleicht mal. Mal die Flächen selektieren. Ja. Das müsste. Naja. Alles nochmal auswählen. Unwrap. Okay. Und packen lassen. Passt. So. Okay. Also das heißt. S Split Modifier. Das sieht jetzt alles gut aus. Dann gehört das Ganze noch trianguliert. Das. Triangulieren. Ist glaube ich. Bei Substance. Nicht notwendig. Ich glaube. Ich glaube. Dass sogar die Endgons. Behalten werden. Oder. Anügel. Kann ja auch mit Endgons. Umgehen. Aber. Dings halt leider nicht. Mamos hat. So. Okay. Das alles cool. Soweit sollte alles gut sein. Vielleicht nochmal. In die. In die Face Orientation. Reinschauen. Sieht auch alles gut aus. Damit kann man zufrieden sein. Okay. Tja. Dann werden wir hier mal. Starten. Muss ich nicht mal einen Schnitt machen. So schnell wie das Programm aufgeht. Und ich werde mal in die Klassik Ansicht wechseln. Und. Wie funktioniert das Ganze? Einige von euch wollten das wissen. Wie das funktioniert. Grundsätzlich haben wir hier mal unseren Outliner. Und hier sind Materialien. Und werden wir nachher noch alles sehen. Bei mir ist das Ganze ein bisschen auf meinen Workflow angepasst. Das heißt es gibt hier ganze Menge Sachen, die ich nicht weiß. Man kann auch. Das Ding hat auch eine sehr schöne Render Engine. Ja. Ray Tracer und so. Alles super. Wir drücken jetzt hier auf das Backen. Auf das Brot. Auf das Bread. Das ist quasi ein neues Backprojekt. Und da packen wir jetzt unser High- und Low-Poly rein. Und ich müsste mal schauen, ob er das automatisch laden kann. Wir haben jetzt hier das angewählt. Und haben hier jetzt dazu alle Optionen. So funktioniert das immer. Wenn wir jetzt hier sind, haben wir halt die Option für das Low-Poly-Objekt. So. Also ich schaue mal, ob er das automatische reinladen kann. Man kann da drücken auf Load. Und ich habe es noch nicht exportiert. Ich glaube. Ich muss es noch exportieren. Also. Vielleicht benennen wir das Ding hier auch. Das jetzt die Low-Dose. Das heißt, Dose los. Tut mir leid. Ich habe das vorher nicht einstudiert und so. Das ist aber glaube ich nicht so schlimm. Dafür wird es funktionieren. Dose das High. Und zum Schluss seid ihr eigentlich immer doch ganz dankbar, wenn Fehler auftreten. Und ich verstehe das voll und sehe das eigentlich genauso. Und so. Die zwei Sachen zusammen angewählt. Das müsste eigentlich in eine Datei passen. Ich glaube, das übernimmt er automatisch. Habe ich aber länger nicht mehr gemacht, weil ich immer dann meine Objekte größer sind. Und dann die einzelnen Objekte dazu reingeladen werden müssen. Reingeladen werden müssen. So als FPX exportieren. Ich haue mir das mal in den Download-Ordner rein. Was soll's? Und hier sagen wir mal Dose. Und wir sagen natürlich nur die selektierten Objekte. So. Das war's schon. Mamoset. So. Downloads. Und. Tja, wer hätte das gedacht. Äh, sieht ein bisschen komisch aus. Ja, er hat's richtig aufgesplittet. Sehr gut. Und der zeigt uns jetzt die Low-Poly-Variante. So. Ähm. Einstellungen. Wir müssen hier beim Output jetzt erstmal sagen, wo soll er die Sachen, die er jetzt backt, wo soll er die zwischenspeichern? Und ich mache das jetzt auch mal in Download-Ordner, weil er so schön neu ist. Dose. Dose. Also unter dem Wort Dose wird jetzt als PSD, also als Photoshop-Dateien, alles abgespeichert. Dann sage ich, Anti-Leising lassen wir mal. Die Resolution können wir jetzt auch einmal so lassen. Und ich kann mal sagen, was man alles haben will. Standardmäßig sind hier ein paar Sachen angegeben. Ich habe noch die Cavity dazu getan und die Material-Material-ID. Ähm, was ich noch nicht rausgefunden habe, ist, ich habe hier Minder-Occlusion mal angegeben. Habe das quasi selber dazu geholt. Und wenn ich es deaktiviere, wird keine EO gerendert. Wenn ich es aber aktiviert habe, jetzt wird es zweimal gerendert. Naja. So, ansonsten wollen wir natürlich die Normals backen. Ähm. Und die anderen Sachen hier, Curvature, Position und so weiter, das rendern wir nur, weil wir das nachher eventuell als Spezial-Effekt für diese intelligenten Materialien brauchen. Und das braucht nicht sehr viel Zeit. Deswegen lassen wir das einfach. So. Mh. Machen wir einfach mal. Mh. Okay. Und seitdem die neue Grafik hat er bei mir drin ist, geht das verdammt schnell. So. Also hier das oben hat nicht ganz geklappt. Wir können jetzt auf Load drücken. Drück mal drauf. Hier sehen wir jetzt das Cage-Objekt, was er rumzieht. Um zu sagen, innerhalb dieses Cage-Objektes wird jetzt gerendert quasi. Und das müssen wir mal ein bisschen aufblasen. Das können wir hier machen. So ein bisschen. Ähm. Achso, die Steuerung. Alt gedrückt halten. Und dann mit der linken Maustaste. So, schauen wir uns das mal an. Jetzt geht P nicht mehr. Jetzt hat er das quasi schon drin. Das hier quasi für Process oder Preview. Okay. Da müssen wir dann immer wegdrücken ab dann. Okay, jetzt hat das drin. Sieht gut aus. Sieht alles ganz gut aus. Genau. Ja, womit viele immer bei Marmoset. Also es gibt ein paar Tutorials bei Marmoset auf YouTube. Viel zu wenig. Aber was alle zeigen, ist immer, sie gehen auf Low und zeigen dann hier das Paint Screw. Und hier kann man jetzt eben sagen, was, oh, das passiert ab und zu. So. So. Ähm. Hier kann man jetzt sagen, dass zum Beispiel dieser Bereich hier, den ich jetzt anmalen kann mit der linken Maustaste, dass der nicht so weich gerendert wird von den Normals. Sagen wir es mal so. Das ist immer bei diesen Hard-Service-Geschichten, was ich dann auch relativ viel brauche. Und das habe ich jetzt markiert. Das ist jetzt hier auf der UV schwarz. Und diesen Teil sieht man jetzt schon, wie der härter geworden ist. Und den würde er jetzt, das wird aber nochmal anders gemacht beim Backen selber. Ja. Wird dann den härteren Rändern. Und jetzt ist schon wieder das. Warte mal. Zack, zack. So. Das war schon wieder ein bisschen zu klein. So. Jetzt ist das härter. Würde ich jetzt aber hier eigentlich nicht wollen. Das sieht hier, kommt das nicht so gut rüber. Da will ich es eigentlich weicher gebacken haben. Wie kann man sich das vorstellen? Hier ist die Mitte von dem Deckel. Und wenn wir jetzt hier eine Schraube hätten, hier in der Mitte wird das Licht quasi gerade nach oben gestrahlt beim Backen. Und hier an der Seite 45 Grad. Und beim Average Baken wird das quasi, so wie ich das bis jetzt verstanden habe, dann so interpoliert dazwischen. Dann geht es nicht gleich hier gerade rauf, sondern hier schon leicht schräg. Und das beeinflusst nachher das Normal Backen, dass das weicher wird. Und bei einer harten Schraube, die raussteht, will man das aber nicht. Und das kann man hier halt, und ich glaube, das ist so ziemlich das einzige Programm, was das kann, kann man das eben mit diesem Screw Paint beeinflussen. Und jetzt kann ich hier halt sagen, ich nehme einen Value von 1, also weiß, weil ich will es weiß, ich will es weich haben, meine Güte. Und könnte ich hier wieder anpinseln, ich kann es aber auch hier drin anpinseln. Also das haut alles hin. Und dann mache ich das wieder weich, weil das sieht besser aus. So, okay, erledigt, zack, zack, zack. So, schon fertig. Ja, das sieht einfach besser aus in dem Fall. Okay, coole Sache. Die Kanten gefallen mir hier diesmal nicht ganz so gut, habe ich auch noch nicht gehabt. Ich kann mal in den Blender reinschauen. Warte mal auf Low. Das passt eigentlich alles. Gefällt mich ganz so gut, habe ich vielleicht zu viel Unterteilung beim High-Poli-Objekt. So, dann schauen wir mal, wie das nachher aussieht. Okay, das haben wir jetzt quasi gebacken. Ich mache es aber jetzt nochmal in 4K und mit einem Sampling von 64 und backen wir das mal durch. Und hier habe ich bei der Ambient-Occlusion normalerweise mit der 3060er Grafikkarte ungefähr eine halbe Minute bis eine ganze Minute pro Ambient-Occlusion gebraucht. Und bei der 3080 geht das in einer Sekunde, warum auch immer. So, okay. Jetzt müssen wir ein neues Material anlegen. Wir können das hier beim Backen ganz einfach machen. Texture Project Link, sagen wir ein neues Texturen-Projekt. Hat er jetzt hier angelegt. Dose, auch sehr cool. Das automatische Benennen. Jetzt gehen wir da auf das Setup Texture. Ist ja einfach so ein Fenster-Setup. Jetzt kann man da seine Sachen betrachten. Ich gehe hier mal auf Vollbild. So, und er hat jetzt, was er gemacht hat, ist, er hat ein Material angelegt und hat gleichzeitig alle Quellen-Maps hier reingelegt. Das heißt, die Sachen, die wir jetzt gebacken haben. Und hier ist der fertige Output für nachher. Hier sind die Maps, die gespeichert werden oder exportiert werden. Das ist einmal die Farbe, die Normal und dann eine, wie sagt man, eine Mix-Map. Eine Mix-Map. Also, da ist dann die, mit Occlusion drin, die Roughness und mit Metal-Ness. So, intelligente Materialien haben wir, also alle Materialien haben wir hier. Können wir mal einklappen. So, haben wir verschiedene Sachen, wollen wir nicht zu sehr ausführen. Wenn ihr was braucht, dann sagt ihr das. So, wir wollen etwas Neues anlegen am Material. Das heißt, wir schauen mal, wir brauchen was für Plastik. Geben wir auf Materialien. Können vielleicht hier mal sagen, Plastik. Plastik. So, also hier verschiedene Sachen. Und hier mal Carbon Fiber. Kommt mal schauen, hier ein paar Sachen sind schon runtergeladen, aber ihr seht die meisten nicht. Jetzt könnte man hier Plastik nicht mehr, Plastik Aged. So, wenn wir das gedrückt halten und drüber ziehen, kommt die Color Map, wo wir unsere Materialien festgelegt hatten im Blender. Das ist ganz cool. So, das Material ist gar nicht so cool. Aber schauen wir mal. Ne, schauen wir nicht, gefällt mir nicht. Schauen wir mal ein anderes. Und zwar Plastik Damage vielleicht. Doppelklicken, dann wird es runtergeladen. Das ging schnell. Ne, das gefällt mir auch nicht so. Dann nehmen wir das, was ich mir normalerweise für sowas ganz gerne nehme. Und zwar ist das bei Plastik Rubber. Und das ist ziemlich cool. Plastik Grainy. Das ist ein bisschen mit so Noppendorf. Das hier auch. Hier das Rubber, das ist ganz cool. Und ja, jetzt kann man hier quasi die Farbe und so weiter einstellen. Ja, kann man machen. Farbe einstellen. Nehmen wir ein Grau. Und hier den Kontrast von diesem Schmutz und so weiter. Vielleicht ein bisschen runter. So. Machen wir mal so. Das ist die Sache, wie das Zeug funktioniert. Also es gibt immer eine Grundfarbe. Die ganzen Sachen, die hier drin sind, das sind keine richtigen Texturen, sondern halt gewisse Schwarz-Weiß-Maps, nehme ich mal ganz stark an. Man kann immer die Farbe da festlegen, was ganz cool ist. Wird wahrscheinlich bei Substance ähnlich sein. Weiß ich nicht. Substance habe ich soweit nicht angeschaut. So, dann brauchen wir Metallic. Also ihr habt hier Albedo, Roughness, Metallic. Ja, und hier oben steht, was immer zutreffend ist. Was wird von diesem Material auf das Objekt angewendet? Und das ist hier alles. So. Und hier oben sehen wir, dass das erste Material, das dann so wie bei Substance, so gesteckt aufeinander. Metall. Nehmer. Aluminium Scratched, könnte, Chrom Brushed, Bumpy, Dirty, Dirty maybe. Schauen wir mal. Das sieht doch keineswegs mal so schlecht aus. Und der Deckel, mach mal rot. Und da würde ich jetzt wieder sagen, dann nehmen wir wieder das eine Material, was ich da relativ häufig weiß. Neue Wände, Rubber. Und sagen, das ist rot. So. Schnipp schnapp. Okay. Das ist super. So. Was kann ich noch zeigen? Können wir dort was rein machen? Und zwar brauchen wir Schraubenzeug. Da gehen wir auf Brush. Und ich mache das wieder größer. Man kann da jetzt wirklich so Schrauben reinsetzen. über Normal quasi und so. Aber ich habe sie hier schon gekrümmt. Deswegen will ich es nicht nochmal zusätzlich krümmen. Ich probiere mal das hier. Und dafür muss ich mal einen neuen Paint Layer anlegen. Und hier oben, das ist jetzt Scene Settings. Und ich gehe auf Tool Settings. Und jetzt kann ich hier quasi theoretisch langmalen. Und jetzt nehme ich diese Schrauben hier und ziehe die da rein in den Brush. Und jetzt hat er alles automatisch darauf angepasst. Das heißt, dass das Spacing, also die Lücken dazwischen. Der Winkel ist auf Jitter gestellt. Man kann es hier so runterklappen. Das heißt, der wird zufällig gemacht, dass die Schrauben jedes Mal anders aussehen. Okay. Und jetzt kann man da halt hergehen. Und vielleicht ein bisschen größer. Ja, zu groß. Vielleicht. Schauen wir mal. Ist gar nicht so schlecht. Das könnte ich mir gefallen lassen. Ja, also normalerweise hat man ja solche Schrauben auch irgendwo vorrätig. Und nimmt die dann auch als Halb-Poly-Modell. Aber das ist jetzt hier eine Möglichkeit, die man hat. So, jetzt hat man da Schrauben. Und ja. Das ist das. So, schauen wir mal gerade. Hier ist noch so ein bisschen das Problem, wenn man jetzt hier einen neuen Layer nimmt, dann werden automatisch diese Sachen kopiert. Was ich eigentlich nicht will. Und deswegen probiere ich gerade mal, ob ich hier draufklicken kann und dort einen neuen Layer erzeuge. Ja, jetzt ist der auf Null gesetzt. Besser. Das ist ein bisschen komisch. Ja, da gibt es keinen Reset-Button. Das ist ein bisschen schade, weil das sind sehr einschneidende Einstellungen, die da vorgenommen werden. Und ja, es gibt auch noch ein paar Bugs. So, ich schaue mal Roughness vielleicht nur. Roughness und Albedo. Und dann schauen wir euch mal, ob man Brush kriegen. Blob? Ne. Dust. Crunch. Und ich glaube, ich kann mal mit Shift und rechter Maustaste die Lampen machen. Ja. Und dann gibt es auch noch Control und rechter Maustaste. Dann kann ich das größer machen. Und der Angle ist auf Jitter gestellt. Das heißt, wenn ich hier so lang mache, dann ist das gar nicht mal so schlecht. Ist ein bisschen zu hell. Grob mal hier in die Einstellungen reinschauen. Und na, na, da. So, und wir könnten ja eigentlich sagen, wenn man folgendes. Wir setzen diesen Layer auf Multiply, Standard Multiply. Und dann würden wir das nur dunkler machen. Aber dafür, äh, was ist jetzt passiert? Das Neue. Okay. Dafür müsste man den hier natürlich auch dunkler machen. Oder den Kontrast erhöhen. Das könnte auch gehen. Neue. Und jetzt können wir hier quasi das so ein bisschen, ähm, machen, dass es in dem Fall jetzt hier saubere Bereiche gibt. So. Und das ist ja nicht immer. So, dann kann man hier auch dann das in Wörtern. Und manchmal macht es eben Sinn, wenn man jetzt eine Maske hat, dass man dann quasi dazu macht, wegnimmt, dazu nimmt, äh, und immerhin und her switcht. Zack. So. So, das, ähm, ist das. Mal hier. Uh, das ist zu viel. Da oben nicht. So. Äh, okay. Ja, das von dem Roten könnte man sogar noch schauen, was mir die Roughness nur beeinflussen. Dann würde ich hier einfach mal den kopieren, also einen neuen anlegen, dann die Albedo wegnehmen. Hier schauen, da wird es dann glänzend. Und fast ein bisschen viel. Und hier könnten wir die Hardness vielleicht ein bisschen runter und die Opacity auch. Das ist ein bisschen wenig vielleicht. So, ich mache so Spielereien gar nicht so oft, ähm, weil ich natürlich Sachen zeichne, die neu sind. Und dort, äh, ist es immer schade, aber die wollen das nicht so schmutzig haben. Ihr könnt es euch fast nicht vorstellen, aber es ist tatsächlich so. Und, äh, deswegen komme ich da gar nicht so oft dazu, das irgendwie alt und oll aussehen zu lassen. Und wir sehen hier, die Normal, ja, das passt, ist leicht rund, könnte ein bisschen runder sein. So, was ich aber noch zeigen will, was ziemlich cool ist, und zwar werde ich gerade mal, ähm, wir können da eine Schrift noch rein stanzen. und jetzt nehmen wir da auf jeden Fall etwas Gleichmäßiges. Nehmen wir, ja, nehmen wir 4K, egal, was kostet die Welt. Und die, können wir die Hintergrundfarbe neues Ding und sagen hier das Leermachen. Und jetzt fügen wir da irgendwas ein, schreiben wir irgendwas, sagen wir, wie ist denn die elektrische deutsche Norm? Ich weiß es nicht. Deutsche elektrische Norm. Ist wahrscheinlich falsch, aber ich mache es jetzt mal. So, ist jetzt ziemlich klein. Müsste man da eigentlich einfach aufblasen können. Komische Schrift. Und das, das nehmen wir so, das ist jetzt bewusst weiß und der Hintergrund Alpha und dann werden wir das exportieren, exportieren, als PNG. Das haben wir wieder in den Download-Ordner passt. Und jetzt habe ich den Download-Ordner auf einem anderen Bildschirm. Jetzt nehme ich mir hier eine neue Ebene, sage ich möchte die Roughness eigentlich nicht, Albedo eigentlich auch nicht, nur die Normal und die Bump. Und ich lösche hier die Grunge-Textur und ziehe mir dort, das was ich gerade gemacht habe, direkt dort rein. So, Angle auf 0, derweilen Jitter auf 0, Jitter auf 0. Spacing ist mir eigentlich egal. Scatter brauche ich auch nicht. Opacity rauf, Hardness rauf. Und jetzt kann man das Ding da quasi rein stanzen. Sobald ich herausgefunden habe, warum man das nicht komplett darstellt. Ah, okay. Diese Frames hier sind das irgendwie. So, und dann drücken wir das da einfach irgendwo rein, in der Mitte. Und jetzt können wir es kleiner machen. Nein. aus deiner Seite. Da so. Müssen wir es drehen, um 90 Grad. Na, zu weit. So. Okay, ein bisschen zu groß. Okay. Da rein. Und jetzt müssen wir sagen, die Bump soll dafür, was wir jetzt malen, runtergesetzt werden, reingesetzt werden. Jetzt können wir das da reindrücken. Okay, das ist, upsala. Hätten wir auch Open nehmen können, zum Beispiel. Und das ist auch ganz witzig. So, genug rumgespielt. Dann werden wir das exportieren, auf die Szene-Einstellungen gehen. Da müssen wir sagen, wohin wir das haben wollen. Und wir sagen, wir wollen es auf den Download-Ordner. Also, mache ich schon. Dose. Soll das heißen. Und er setzt dann alle notwendigen Präfixes dahinter. Die Farbe wollen wir nicht in TGA haben, sondern im JPEG. Die Normal in PNG. PNG ohne Alpha in 8 Bit und in PNG die Mixed Map. Das sieht jetzt hier ein bisschen komisch aus, aber das scheinbar stimmt da öfter mal die Vorschau nicht. Und man kann natürlich noch neue Texturen hinzufügen, die er exportieren soll. Und das passt mir so. Export All. Und bei Marmoset wird quasi für Blender exportiert. Also in OpenGL und nicht in DirectX. So, das ist jetzt fertig. Dann können wir hier auf das gehen und sagen, High geht raus. Low haben wir drin. Shading. So. Und dann holen wir uns die Texturen da rein. Ich werde hier mal Downloads hol ich mir da die Albedo rein. Anstecken. Und dann die Mixed Map. Die Mixed Map sind halt alles Schwarz und Weiß Dinger. Eigenschaften. Deswegen Non-Color. Und die Farben sind jetzt hier alle gemischt. Ich weiß nicht, ob wir sehen das hier gar nicht. Zeigt er uns nicht. Und die müssen wir separieren. Das heißt, hier können wir einmal rausziehen und können dann in die Suchmaske eingeben. MSE für Separate RGB und haben jetzt hier einmal die Ambient Occlusion, die Roughness und die Metallic. Okay. Ich werde hier einfach mal Shift-Control und darüber ziehen, damit sich hier ein Mixed-Dings öffnet und setze es dann auf Multiply, damit die Ambient Occlusion abgezogen wird oder dazugerechnet wird, also dunkler macht von der eigentlichen Farbe. Die Roughness kommt dann in die Roughness und das B kommt dann in Metallic. Und jetzt brauchen wir noch die Normal. Ziehen wir auch rein und machen wir das hier mal altmodisch. Vektor Normal Map. Ziehen das da rein. Das noch auf Non-Color. Und so. Dann haben wir das. Das ist jetzt die perfekte Dose. Ne, aber es ist eine und es sieht ganz cool aus. Die Ambient Occlusion ist vielleicht ein bisschen stark. Das kann man doch so nehmen. Und kann man das hier irgendwo anbringen. GZ Schub, 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 Schub. Und schauen wir vielleicht noch, wie das gerendert aussieht. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Ja, das ist gar nicht so schlecht eigentlich, die Beleuchtung. Ich nehme mal ein Studio Setup. Mal probieren. Habe ich noch nie, noch nie verwendet. Das geht. Und dann werden wir das mal auf Cycles GPU und da sieht das eigentlich auch ziemlich nett aus. Und die Schrauben, die reichen fast so aus. Kann man so lassen. Wenn man nicht unbedingt wahnsinnig viel näher ran geht. Und das ist wie ich das in Blender und Marmoset mache. Hat halt einige Vorteile, das Marmoset, was es bei Substance nicht gibt. Aber muss man natürlich selber wissen. So ein bisschen die Neusigen hier noch. Zack. Okay, Leute. Dann hoffe ich, das hat euch gefallen. Wenn ihr da Fragen habt oder Vorschläge, können wir mal wieder was machen. Und hier jetzt einfach mal ein bisschen modelliert, mal wieder so ein bisschen wenigstens. Und das geht ja recht schnell. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.